Bei der Schallleitungsschwerhörigkeit können die Schallschwingungen aufgrund eines Problems im Außen- oder Mittelohr nicht an die Cochlea weitergeleitet werden. Eine Blockade im Mittelohr kann verursachen, dass die Beweglichkeit der Gehörknöchelchen eingeschränkt ist. Das kann eine Folge von Mittelohrentzündungen oder Rissen im Trommelfell sein. Eine solche Schallleitungsschwerhörigkeit ist häufig vorübergehend und kann medikamentös oder operativ behoben werden. Bei einer permanenten Schallleitungsschwerhörigkeit ist die Weiterleitung der Schallschwingungen zum Innenohr dauerhaft gestört. In diesen Fällen kommen meistens Hörgeräte oder Mittelohrimplantate zum Einsatz.